so willkommen zum dritten teil von let's play life is strange wir waren da stehen geblieben wo wir den usb-stick von what's his face warren zurückholen sollen aber wie mädchen so sind gehen sie einfach mal zimmer und leihen sich sachen aus ja dann würde ich sagen werden wir mal nach dem usb-stick suchen ich will da nicht raus sind sie das nicht alle ich gehe mir lieber das video angucken bild das sieht doch ein aus wie ich möchten wir jetzt angehen möchten wir nicht oder be the change you wish to see gandhi nun ganz schlauer ich sehe nicht so aus wenn ich explodiere ja warum nicht ihr seid freunde oder ist das ein ihr seid freunde macht das nicht ich würde ja sagen was ist das ein bisschen äh mason tja ich würde sagen sprung drück dann sprechen wir nochmal mit ihr juliet watson sei lieb nicht böse sein aus pfui böse julian watson die 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 According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Oh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. Dana's still a cheerleader at heart. Hmm. Leave me alone, Max. Get a clue. I should find a way to end this silly standoff. I. Feueralarm? Tja, was kann man da jetzt machen? Ich bin mir nicht so sicher. Gute Idee, ich gehe einfach mal in andere Räume. Mal sehen, was ich hier so finde. Uh, können wir jetzt Schränke durchwühlen? That is a tasty plasma. Maybe I could... Those boots are made for walking runways. These boots are made for walking. Okay. Ich drehe mich im Kreis. Ich bin ein Hund. Ich jag mein Schwä... Schon gut. Dior. Dior. Givenchy. You could pay for my tuition with that wardrobe. Ja, warum denn nicht? Wir sind ja alle nur neidisch. Was haben wir hier Schönes? Let's play a little photo, Tetris, and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Hmm, a pattern is emerging. Äh... Machen wir das? Nein, wir machen das nicht. Wir sind lieb. Nein, wir bringen das nicht durcheinander. Tja, das sieht man wieder. Wer zu viel Selbstbewusstsein hat, kommt um nebenbei. Ich habe tatsächlich eine klassische Medium-Format-Kamera mit einigen wunderschönen Prime-Lens. Ich liebe dich. Nein, Officer, ich bin nicht snooping. Ich bin nur dankbar, nur dankbar, Victoria's cutting-edge-Tack. Nein, ich glaube nicht. Mhm, Samuel nichts gemacht. Ist sie ein 3D-Printer für ihre dorm-ROOM? Vielleicht werde ich ihre Posse sein. Ich will auch einen 3D-Printer. Kann ich was kaufen? Hm. Hm? Das ist bestimmt Apple. all I had to do was to so sad to inform you that I totally punked Juliette and all I had to do was mention to Juliette that I saw a nasty sex from Dana on Zach's phone jump-ass believe me and so I expect there to be a dog and Juliette deserves this for slutting Zach away from me as for Dana who gives a shit get out your popcorn fine bitch ha 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 nein nein wo ist der Drucker 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 da guck mal na gut I bet Victoria put Juliette on her shit list after this article this better convinced Juliette that Dana is innocent vielleicht vielleicht aber auch nicht oh wir haben kein perverses Sexspielzeug gefunden oh wie langweilig so nun bin ich Detective Conan und löse den Fall hello you Juliette read this of course I'm an asshole I'm sorry Dana you are and I hope so you really think I'd mess around with Zach no but I get stupid jealous I owe you dinner still love me and you do my laundry thanks Max you're like the Blackwell Ninja now let's see what Zach has to say about Victoria you set me free thank you Warren's flash drive is on my desk warum hast du den dir eigentlich genommen ohne zu fragen bitch almost done get the flash drive and then I'll go see Warren wollen wir das überhaupt must protect my precious so max never has to chase it down again okay creepy Olle I better make sure everything is still in there I think Warren forgot to hide the party buster folder not that I would open it no matter how tempting I have myself respect haben wir aber ich nicht ich möchte das sehen ich will es sehen ich 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 nie darf ich die Pornos sehen nicht mal da of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends so fascinating to get a peek into Dana social media world and yes max so terribly wrong also um ehrlich zu sein finde ich jetzt nicht dass sie so viele freunde hat aber hey hey süße danke für die kleinen geschenke was geht Dana Justin belegt die Couch mit Super Mario wenn du willst kannst du rüberkommen was rauchen und spielen oder wir gehen spazieren sag immer noch hier hallo anscheinend möchte sie das wohl nicht das ist so sad und pathetic Dana I suck at writing but I thought should write this as you might not hate my dump ask for act like a tough dog around everybody but I never had to act around you I'm not the kind of man you deserve you saw how I passed out or 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 pushed out if you need any money let me know Logan xo we erfahren alle lustigen Sachen und dann ja oh oh wo ist Pistick nein ich wollte nicht ich wollte nicht gehen wir noch mal mit ihr reden nein ich hoffe nicht so sind wir die ich bei ich 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 du 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 ich ich du 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 But I bet Victoria would be all over that action, or has been. Cheers to Belle. Hey! Du so wie du bist. Ich sollte vielleicht ein paar Mikro punchen. Er ist nötter Kerl. Was? Na gut. Schlüpfer? Schlüpfer! Okay, doch. Nicht Schlüpfer. Na gut. Immerhin kann er zählen. Muss man ja mal sagen. Kann nicht jeder. Kann er stolz drauf sein. Jetzt haben wir nix gemacht. Nix. I- Get lost, Hipster. I'm not fucked this shit. Au! That hurt- Get fucked this shit. Hello, you. Au! I'm not doing any interviews. Was soll mit dem sonst machen? Opa! Vielleicht. Vielleicht kriegt er jetzt aber auch Ärger, weil er das kaputt gemacht hat. Er hat uns geschrieben. By the way, danke, aber wir sind keine Freunde. Woher hast du meine Nummer und wer hat gesagt, dass wir Freunde sind? Das ist ja gemein. Get lost, Hipster. I'm not doing any interviews. Okay, I'm so sorry. Nein. Kann ich mir einen Baum ansehen? Oh, ein Baum. Hab ich ihn noch nie gesehen. Ach, wo ist ein Schild? Baum. Cool. Mach hier ein Fug. Ich weiß alles über diese Schule. Ich schau die Wasserfront. Also, du besser herausfinden, welchen Seite du bist. Bitte, lass mich allein. Pfeffer Spanner. Ich hoffe, du hast das Show genutzt. Danke für nichts, Max. Oh nein, hier sind wir keine Freunde mehr. Man. 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 I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. So don't think I'm blind. Gut, greifen wir mal ein. Okay. Okay. Oh, Max. That was great. I think you scared him for once. I have to go. But thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Aw, wir haben mir geholfen. Dickhead. Die Kat. Maybe I should rewind and mind my own business? Nee, wollen wir nicht. Wir sind die Helden des Alltags. Ddddd! Man. Da ist die Drohne! Schmetterling! Okay. Awkward silence. There he is. What is there? What's going on here? Cars equals death. Okay. Warum nicht? Ich würde sie jetzt ein bisschen übertrieben finden, aber... Was soll er sonst machen? Ist er reich? Aw, er wollte uns umarmen. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Hmm. I don't wanna talk about it. I don't wanna talk about this. It is science. Music is math. Et cetera, et cetera. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw. Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there. From Akira to Twilight Zone? Which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Haha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Sure. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch. That sounds awful the way you say it. That's me. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren. This is between me and not social media. Don't insult me. I had this incredibly bizarre experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? I don't know what you mean. 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 What's going on? How long are you trying to do it? Aber wir können ihn doch nicht alleine lassen. Nämlich! Nämlich! Oh. Nathan Prescott ist auch verletzt. Und gefährlich. Das ist niemals. Oh, und danke, Chloe. Nach fünf Jahren, du bist immer Max Caulfield. Ich hoffe, nichts. Ihr Freund wirklich für dich macht. Warren? Ja, ich erhebe ihn viel Zeit. Du bist nicht der einzige in Debt. Und du hast schon Probleme. Ich dachte, es wäre quiet hier gewesen. Es fühlt sich so weird wieder zurück. Also, ich glaube, Seattle sucked hart? Nein, ich fühle mich wie eine reale Stadt für Artists. Es ist großartig. Es ist großartig für Bilder. Ja. Es ist schwer, wieder zurück zu einer Hick-Town wie Arcadia. Und der nächste Hick-Town. Du bist wieder zurück in Blackwell Academy. Natürlich. Es ist eines der besten Fotografie-Programm im Land. Und meine Lieferung, Marc Jefferson. Also, du bist zurück in Arcadia für eine Lehrerin, nicht dein beste Freund. Du glaubst, ich bin glücklich, dich zu sehen? Nein. Du bist glücklich, fünf Jahre zu warten ohne einen Text. I am sorry. So speed. Nichts. Undankbares Pack. Ob Superman hier ein Danke kriegt? You never know. Oh oh, sie bückt sich. Ich weiß, was das bedeutet. Oh. Eine Schweigeregunde. Werdig. Das war ja ein schönes Wiedersehen. Oh. Aber ich bin schüchtern. Aber ich ist gruselig hier. Titten! Darf man sowas sagen? Titten! Unaufgeräumte? So. Und ob wir da ein bisschen mitmachen oder ob es jetzt eine heiße Sexszene gibt, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn das wieder heißt, Nutten und Blackjack. Danke Euch fürs Zuschauen. Tschü! Bis zum nächsten Mal.